Jo Leute, kommt alle zum Livestream. Ich bin gerade online auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Wäre geil, wenn ihr vorbeiguckt. Ich werde jetzt Livestreamen und ein bisschen farmen. Und wenn ich Zuschauer habe, könnt ihr auch Fragen stellen im Chat, dann werde ich die beantworten. Ja, ich würde sagen, wird nice. Ich werde einfach VCK versuchen auf P zu machen mit euch. Das könnte sogar ziemlich gut klappen. Also haut rein, bis dann.